So, und damit herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077, 70, 20 und so. Ja, ne große Sache fährt das auch nicht. Aber die Eddies werden knapp und das ist zur Kundenwindung und so. Du könntest ja Knarren direkt aus der Produktion verkaufen. Überspringen einfach das stundenlange Basteln an jeder Pistole. Wie? Also wirklich? Ja, also, das kam jetzt random? War wirklich nicht geplant. Aber ich hab Bock. Jetzt. Wir warten auf dich. Bis gleich. Äh, na gut. Takemura ist noch nicht hier, wie wir sehen. Warum nicht, ne? Ähm, ich muss erstmal wieder in die Steuerung kommen. Äh, Karte. Journal öffnen. Ähm. Ah, Automatic Lager. Ach, wir haben jetzt mehrere. Ah, okay. Dich zum Arf. Oh, scheiße. Drogen hoch. Sehr hoch. Ja, äh, ich würd gern schießen. Na, wir gehen jetzt mal schießen. Geh zu Wilsons Skistand. Wo ist er denn, der Boy? 500 Meter entfernt. Das ist ein bisschen weit. Ohne Auto. Gibt's hier Schnellreisemöglichkeiten. Ich könnte schwimmen, wa? Geronimo. Ja, obwohl ich im letzten Fall schon geschwommen bin. Ich will jetzt ein bisschen ballern. Schnell schwimmen. Shift. Um. Okay. Wide open. Nice. Da seh ich mich doch. Ist das ein Taro? Ne, ist kein Taro. Hier ist echt nicht so viel los, wa? Ah, shit. Das ist ja ganz woanders, irgendwie. Eine Vision ohne Taten ist nur ein Traum. Taten ohne Vision sind ein Albtraum. Das sagt man nicht. Shit. Okay, ich glaube, wir müssen doch zu ihm, oder? Weil das ist... Oh nein, oh nein, oh nein. Ich will nicht schon wieder eine Mission verkacken. Ja, wir gehen jetzt zu Takemura. Sorry, aber wir müssen da jetzt hin. Ne, ich habe irgendwie Angst, dass das sonst voll in die Hose ging mit ihm. Ich glaube, es gibt zeitlich basierte Events. Ich weiß zwar jetzt nicht genau, wie das geringet wird. Aber ich kann es mir nicht verscherzen. Es ist zwar eine Story... Also, Automatic Love scheint Pause zu haben. Also, ich glaube, das können wir verschieben. Okay, die scheinen auch zu ballern. Wie komme ich da wieder hoch? Ist das... Oh, Fläche. Hallo. Gab es doch irgendwo eine Treppe, oder nicht? Da hinten. Ja, dann müssen wir jetzt doch... Die Map ist ein bisschen verwirrt. I guess. Wohl. Wäre witzig, wenn man nicht sterben könnte. Also, naja, witzig wäre es nicht, aber... Oh, ich sehe schon Peetsmiths verstecken in Cyberpunk, wenn es sobald es Multiplayer wird. So, dann treffen wir nochmal einen Takemura an. Schön, dich zu sehen. Was war das denn? Ist ziemlich, ähm, ruhig hier. Wie es für so ein geheimes Treffen sein muss. Was zum Henker ist passiert? Siehst scheiße aus. Meine Implantate. Mein Geld. Meine Würde. Alles Geschichte. Traurig, aber wahr. Hat aber auch was Gutes. Da draußen falle ich nicht mehr auf. Ist dein Freund hier irgendwo? Oder? Er sollte jeden Moment hier sein. Gibst du mir jetzt endlich ein paar Infos über ihn? Er ist Hanako-Samas Leibwächter. Hanako Arasaka? Die vom Flugzeugträger, der ihr angelegt hat? Saburos Tochter? Ja. Und wenn er dir glaubt, treffen wir als nächstes sie. Und was, wenn uns Hanakos kleiner Botenjunge verpfeift? Das würde er nie tun. Er ist ein Mann von Ehre. Genau, weil's bei Arasaka von solchen Typen nur so wimmelt. Wenn du verwechselst war die Ehre mit der belanglosen Moral, nach der du lebst. Mit Auto? Hm. Gut. Sonst ist hier nur getarnt mit der Wings. Ich glaube, der verrascht uns. Ich glaube, wir kriegen jetzt richtig aufs Maul gleich. Ich bin mit der Wings. Okay, Muda-san. Muda. Ist er das? Dein Dieb? Er ist mein Zeuge. Wie? Ich kann auch selbst reden, wisst ihr? Dann rede ich. Ich höre, du weißt gewisse Dinge. Mir wird nicht gefallen, was ich erzähle. Ich will eine Garantie für meine Sicherheit. Gut, du hast sie. Du kannst Muda trauen. Also gut, Konpeki Plaza. Ich war dort in der Nacht, als es passiert ist. Fing wir ein normaler Familienstreit an, bis Yorinobu sich auf Saburo stürzte und ihn erwürgt hat. Kein weiteres Wort. Du führst den Tod an deine Tür. Es ist die Wahrheit. Hanago-sama muss davon erfahren. Mein einziges Interesse liegt darin, sie in dieser gottverlassenen Stadt zu beschützen. Ist sie in Gefahr? Im Moment? Nein. Aber sicher während der Parade zu Ehren von Arasaka-sama. Ich bringe dir einen Zeugen für den Mord. Und du sorgst dich um eine dumme Parade? Du Nahr! Korrekt. Denn im Gegensatz zu dir... Du kannst die Wahrheit nicht ignorieren. Korrekt. Denn im Gegensatz zu dir... Gehe ich meiner Spurfrucht noch nach. Diese Worte wirst du bereuen. Das Einzige, was ich bereue, ist, dass ich überhaupt gekommen bin. Als ob der uns jetzt nicht glaubt. Auf deinen Kopf steht eine Belohnung. Entschuldigung, aber dauert das noch lange? Ich tue dir einen Gefallen, wenn ich dir deinen Kopf nicht sofort abschneide und Yorinobu-sama bringe. Was würdest du jetzt an meiner Stelle tun? Keine Gefallen. Ich würde Yorinobu-sama deinen Kopf bringen. Dann schätze dich glücklich, dass ich nicht du bin. Oder wir bitten dich wirklich nicht um viel. Nur ein kurzes Treffen. Anako sollte entscheiden, ob wir die Wahrheit sagen. Das kannst nicht du tun. Hilfst du uns? Nein. Ihr könnt vom Glück reden, dass ich euch gehen lasse. Diesmal. Aber wenn ich euch wiedersehe, werde ich nicht so nahsichtig sein. Passt gut auf. Dein Freund. Wir sind alle so weit von zu Hause weg. Wer soll sich verpissen? Ein durchgeknallter Sarka-Irrre reicht. Toller Freund, echt. Hast du noch mehr davon? Leider nur ich. Tja, wir haben es immerhin versucht. Oh ja. Und wir haben etwas Nützliches erfahren. Wie meinst du das? Die Tochter ist bei der Parade. Was Rudard sagte. Nach der Parade wollen sie nach Turgut. Verstehst du nicht? Die Parade. Das könnte vielleicht unsere Chance sein. Wenn wir doch nur... Wir sollen Hanakusama entführen. Zuerst müssen wir alles... Obwohl wir Mordverdächtiger sind. Für den Vater. Also für ihren Opa quasi. Warte, jetzt ist es an dir, Freunde anzurufen. Kennst du einen guten Fixer? Hey, Moment. Nicht so schnell. Du tust so, als würden wir uns in eine SWEM reinhacken. Du hast selbst gesagt, Hanako hat den besten Schutz von Night City. So ist das. Deshalb will ich, dass du den passenden Fixer anrufst. Ich kenne genau die richtige. Wakako Okada. Hat eine Pachinko-Bude in der Jig-Jig-Street. Wir sollten hier einen Besuch abstatten. Kommst du mit? Klar. Warum nicht? Jig-Jig-Street, Alter. Was ist das für ein Name? Jig-Jig übrigens. Einer, der zu Night City passt. Hä, ist das nicht Jig-Jig-Street? Du machst dich lustig. Zu oft. Womit, du musst das Leben mit Humor nehmen. Eine Ahnung, was bei Arasaka los ist. Nur das, was ich mir aus dem Fernsehen zusammenreiben kann. Jolino und seine Marionetten grinsen in die Kameras und behaupten, alles sei unter Kontrolle. Aber je breiter das Grinsen, desto größer die Lüge. Alles okay bei dir, Goro? Ja. Woher die plötzlicher Sorge? Wir werden noch beste Freunde, keine Sorge. Bitte, ich muss aber jetzt auch auf. Erstmal Follow Dollars und nächstes Mal sich zu Ehrenmann, ja? Dann haust du rein. Schönen Abend, schöne Nacht noch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. War noch was fürs Thumbnail. Ich glaube, das sollte fürs Thumbnail reichen, oder? Easy. So. Alter, hier sieht es ja übel nice aus. Womit schon? Vielleicht sollte ich das fürs Thumbnail benutzen? Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Ach du Scheiße. Okay, wobei, also links und rechts sieht kacke aus. Aber das hier? Achso, das sind Doppellinsen. Ich dachte, das wäre so hier Naruto-Style. Also wie diese... Ich kenne mich da nicht so aus. Shinigami, glaube ich? Ne. Heißt es, glaube ich, nicht so. Gut, ähm... Wakako Okida, oder wie der heißt. Let's go. Bliss. Oh, das ist, äh... Bestimmt so ein... Ja, ist jetzt nicht mein Kink, aber... Kann man machen. Definitiv. Mach dir Alte das, ohne sich den Rücken zu brechen. Jahrelange Übung. Leider vor allem mit so Neonlichtern. Hoh, gehen wir noch hin. Wie wär's mit etwas Ätscheln? Tschüss. Wie kann es deine Aftung? Ähm... Hm, siehst du lecker aus. Komm her und lass mich mal lecken. Oh! Wir hören uns. Okay. Was ist denn dir? Der Joy toll. Also, was ist dann passiert? Wo willst du denn hin mit deinem süßen Arsch? Schalt mal ab. Gönn dir ein bisschen Ganzkörperentspannung. Direkt hier? Eine Bordsteinmassage? Nein, nein. Das kostet extra. Will ich das überhaupt sehen? Zeig mir, was die Sende können. Du weißt, wie man richtig lebt. Komm mit. Um. Um. Okay. Für 100? Bro, du kannst, also, ich will nur mal kurz, ich will mal kurz klarstellen, dass ich nicht schwul bin. Ich finde es jetzt aber auch nicht schlimm oder so, nur finde ich jetzt ein bisschen weird, weil das ja mein Charakter ist. Also, das war jetzt nicht so geplant. Ich dachte, da passiert weniger, weil 100 jetzt nicht gerade viel Geld ist. Als ob der für 100 eine ganze Nummer schiebt. Für 100? Du kannst ja doch gerade das Fünffache verlangen. Kann man das überspringen? Das wäre jetzt ganz nett. Das ist gerade sehr unangenehm. Kann ich das mit einer Frau auch noch machen? Also, ich hätte gerne noch eine Frau. Das wäre perfekt. Was? Ich pick doch nicht auf der Straße. Hab ne eigene Bude. Klar. Hab gerade nichts vor. Komm mit, Baby. Maschallah, was ist... Okay, ihr braucht es ein bisschen. Als ob das geht. Ja, ist halt zensiert Version, ne? Ist klar. Ich muss sagen, ich finde das eigentlich ziemlich cool, dass ein Spiel sowas anbietet. Ich meine, es ist sehr realistisch, ja? Und lass uns keinen Heal draus machen. Ich finde es einfach nur geil. Also, also im doppelten Sinne. Es ist schon... Es ist schon... Es ist schon cool. Ich sag mal so, in meinem Stream sieht man Dinge. Bin ja Let's Player. Ich möchte so gut es geht alles zeigen, was man zeigen kann und was sehenswert ist. Deswegen habe ich auch beide Perspektiven genommen, ne? Hat mich nur 200 gekostet. Ist für mich ein sehr angenehmer Preis. Im generellen... Ich würde denen empfehlen, die Preise ein bisschen hochzuschrauben. Ihr seid ja keine Flietchen in dem Sinne, ne? Ihr könnt schon ein bisschen Money verdienen, so. Hat vor allem ne... Es war vor allem ne lange Action. Also, ich bin ja... So. Nicht gut mit Namen, aber... Gesichter kann ich mir merken. Woher kenne ich nur ihres? Aus dem Fernsehen? Oh, wahrscheinlich. Ah, jetzt weiß ich. Hideshi Hino höchstpersönlich. Die Legende. Ah, du kommst gerade richtig. Wissen Sie, wer das ist? Hideshi Hino. Der Late Night Comedian. War brillant, ehe er auf die schiefe Bahn kam. Ja, ja. Genau. Sagen Sie es doch noch mal. Anschnallen, Leute! Nein. Ach, kommen Sie. Sowas verlernt man nicht. Nur einmal. Bitte. Wie? Wir sollten los. Jetzt. Hideshi. Enttäusch den armen Mann nicht. Das ist wirklich nicht der beste Zeitpunkt. Doch, klar. Ach bitte. Ich hab den Satz ewig nicht gehört. Jetzt mach schon. Stell dich nicht so an. Anschnallen, Leute. Wow. Hino-san. Was ist nur passiert? Ich weiß nicht. Ich erkenne mich selbst nicht. Zufrieden? Kommen wir los. Okay. Gehen wir. Hideshi Hino. So tief gesunken. Eine Schande ist das. Ja, leider, ne. Das trifft immer die Besten. Lol. Äh, äh, äh. Lost? Was willst du? Oh, meine. Das muss ein Missverständnis sein. Ich weiß nicht, wer dein Team erwischt hat. Aber die Claws nicht. Meine Jungs kennen die Grenzen. Ich... Entschuldige, ich habe... Sie ist von den Tiger Claws? Sieh einer an. Wenn das nicht wie ist, in meinem bescheidenen Dummi. Makako, endlich trifft man sich mal. Also, warum bist du hier? Wer ist dein charmanter Freund? Hideshi Hino. Der Comedian. Kachikusho! Wie? Ich bin Takemura Goro. Ich bin von der Frau, Herr Okada. Ein echter Gentleman. So schade, dass ihm eine ganze Arasaka-Armee am Arsch hängt. Und du, wie? Bringst ihn an meine Tür. Gib mir einen Grund, warum ich nicht sofort die richtigen Leute anrufen sollte. Eddies natürlich. Geht doch immer um Eddies, Makako. Du willst sie, und wir haben sie. Einfacher geht's nicht. Dann reden. Aber mein Telefon halte ich trotzdem bereit. Ja, ja. Tschül. Fangen wir mit den Eddies an, die du mir schuldest. Der Dorset-Job. Ah. Vorher hattest du's auch nicht zu eilen. Du kannst doch noch etwas warten. Wie? Jetzt nicht. Sag Okada, sondern bis wegen wir hier sind. Wir brauchen Infos zu der Parade, die durch Japantown führt. Also, Arasaka. Wiedermachen. Was ich nicht verstehe ist, warum ich? Geht Mr. Deshawn nicht an Solo, oder was? Arasaka und die Tiger Claws. Was wolltest du denn sein? Als würde der Hund die Katze vögeln, oder? Hast bestimmt keine Sympathien für die Mörder deines Enkelkindes. Das ist sehr lange her. Zeit halt alle Wunden. Aber so eine... So eine Wunde nicht. Nein. Es ist alles auf den Splitter. Was ist dein Preis? Meine Taschen sind leer. Natürlich. Mein Geschenk an euch. Gratis. Okadasama. Gratis bedeutet meist besonders teuer. Wollt ihr sie oder nicht? Gratis? Ganz sicher? Ich hab meine Gründe. Nur keinerlei Geduld. Die Panter. Der ganze Bezirk wird für die Parade abgesperrt. Das Skiwagen, die Hauptattraktion. Sie fliegen hier lang, weit über der Straßenebene. An der Paradestrecke gibt es Balkons, Brücken und andere gute Aussichtspunkte. Hanako Arasaka ist Ehrengast und wird vom größten Wagen eine Rede halten. Und zwar genau hier. Security kenne ich nicht. Aber dank gewisser Ereignisse wird die hoch sein. Bei der letzten Parade waren verdeckte Arasaka-Leute in der Menge. Ansonsten die üblichen Scharfschützen, Drohnen und, als wäre das noch nicht genug, mindestens noch ein Netrunner. Die nutzen die Überwachungskameras der Stadt, um alles zu beobachten. Hauptzugangspunkt ist hier. Ein altes automatisches Steuerzentrum. Ziemlich nützlich. Am Ende fliegen die Wagen aus Japantown raus und wir stecken bis zum Hals im Müll, den natürlich keiner aufsammelt. Das war's. Mehr hab ich nicht. Das muss reichen. Na dann, macht euch ans Werk. Gar nicht neugierig, warum wir uns all die Mühe machen. Ignoranz ist in meinen Augen ein Segen. Außerdem find ich's ja bald raus. Oder? Danke, Bakako. Wir werden sie schon nicht umbringen. Wie ist denn das so, Schätze? Wir wollen mit ihr sprechen, dass ihr Vater ein Bastard ist, der ihren Opa getötet hat. Ähm. Das ist ein Smalltalk. Wie viele Ehemänner hattest du noch mal? Fünf. Alle vor ihrer Zeit von uns gegangen. Eine Tragödie. Das ist schon ganz schön scheiße. Keine Ahnung, dass es dich auch trifft? Ich muss doch für meine neuen Söhne leben. Bin mir sicher, niemand kennt Westbrook so gut wie du. Meine Männer kannten Westbrook. Jeder einzelne ein hohes Tier bei den Tiger Claws. Ihnen gehörte Japantown. Was haben sie so gemacht? Das, womit man die meisten Eddies und die meiste Macht verdient. Sex und Schwarzmarkt-Tech verkaufen. Joa. Wir haben eine offene Rechnung. Du erinnerst dich an Sandra Dossett? Ich vergesse solche Dinge nicht wie. Hier ist deine Belohnung. Und dazu ein nennenswerter Bonus. Such dir einen Ripperton. Der macht dir einen Dermalabdruck für die Smartgun-Kompatibilität. Eine Spezialität der Tiger Claws. Smartgun? Danke. Ehre. Starke Frau. 3000 habe ich gerade verdient. Insane. Moment, was soll ich nochmal? Hä? Was hab ich doch eigentlich schon. Naja. Sehr interessant auf jeden Fall. Eine wirklich reizende Frau. Einmal hat er sie doden. Könnte genau das sein, was wir brauchen. Ich werde versuchen, mehr herauszufinden. Ich bleibe hier und rufe einige nützliche Helfer an. Wenn ich etwas Neues erfahre, gebe ich dir Bescheid. Pass auf dich auf, Goro. Du, du, du hast eine nächste Menge. Okay, geh dich zum Afterlife. Ich würde aber gerne, tatsächlich, lieber, die Automatic Love Story verfolgen. Du willst, dass die Frau von dir und sie scheinen eigentlich einen Job für dich hat und du hast ja gesagt, weil keiner da war. Die Sorge, die aussieht, jetzt hier aber auch, die Sorge, die aussieht, die Sorge, die Sorge, die Sorge. Die Sorge, die Sorge, die Sorge, die Sorge. Puth, wie geht's zu ihr? Ah, das mega Gebäude ist 60 Meter entfernt. Das ist ja gleich um die Ecke. Malzohm. Boah, ich finde es übrigens sehr, sehr nice. Dieser Ort gefällt mir halt. Übe! Bin ich ehrlich mit euch? Ich wette, dass das alles nicht zensiert ist. Na doch, eigentlich schon, das sind ja, naja, das sind ja die Produkte, ne? Ähm, als ob man hier echt gleichgeschlägt, also finde ich, finde ich echt stark, bin ich ehrlich. Also 2020, sollte das völlig normal sein. Was ist da? Hey, hey, wie? Warte mal kurz. Hör mal einen Moment zu. Haut ganz schön in die Klampfe, was? Für meine ungeschulten Rohren klingt ja ganz ordentlich. Gibt wesentlich Schlimmeres. Weißt du warum? Die Technik ist nicht so wichtig. Aber das Feeling, das zählt. Der Junge trägt einen tiefen Schmerz in sich. Etwas, das nicht loslässt. Und das hört man. Könnte ein bisschen mehr Charisma haben und die Akkorde besser treffen, aber... So, alles in allem, gar nicht mal so übel. Aus deinem Mund klingt das fast wie ein Lob. Hast du auch so angefangen? Straßenmusiker mit großen Ambitionen. Sehr witzig. Ich hab nicht von Ruhm geträumt. Hatte alle Hände voll zu tun, damit die Welt wach zu rütteln. Erfolg kann sich lohnen. Wenn du die Welt wach rütteln willst, muss die Welt dir erstmal zuhören. Und das hat seinen Preis. Wer gibt dir denn einen Vertrag, wenn du in deinen Songs die großen Konzerne anmachst? Aber wer seine Ideale einmal verkauft hat, ist sie für immer los. Schon gut, du Künstlerprinzesschen. Immerhin hattest du ein paar Gigs. Habt ihr Erinnerungen gesehen? Ja, wir haben überall gejammt. In Parks, Fabrikhallen, Underground Clubs. Und damals haben die coolen Leute uns gefeiert. Einige haben es aufgenommen und geteilt. Interessant. Oh, du meinst, man kann nach immer alte Samurai-Bootlegs finden? Ich finde die Tapes. Ich feier dich und kreische wie ein kleines Groupie. Wie wär das? Versuch's ruhig, wie? Jetzt mal Spaß beiseite. Glaubst du, dass es nach all den Jahren solche Aufnahmen noch gibt? Das Rainbow Cadence ist nicht weit von hier. Haben wir früher ein paar Mal gespielt. Geiler Schuppen für Leute, die echt was von Musik verstehen. Vielleicht wissen die ja was. Stark. Wir haben jetzt echt eine kleine Sammelmission vorgeschaltet. Wir haben jetzt echt eine kleine Sammelmission vorgeschaltet. Ne? Wir haben jetzt eine kleine Sammelmission vorgeschaltet. Ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja. Ja, ich bin ja. Inscheiderなく. Ich bin ja. Ich bin ja. Ich bin ja.